Hiho und willkommen zurück meine lieben Strategiespielfreunde zur dritten Staffel von Dawn of War 2 Retribution der Enderkampagne und dem mehr oder weniger großen Finale der Kampagne. Ja, weil wir haben alles abgegrast, bis auf den letzten Planeten, nämlich Sireen, mal wieder. Wir haben bis auf die letzte Nuzalerweiterung sogar alles freigeschalten, was sehr überraschend ist irgendwie. Dann gehen wir mal in die Militärfestung. Dieses Leichending, in dem wir stehen, ist kein geweihter Schrein eures Ordens. Es ist eine Kammer, die geplündert werden muss. Und dieser ausgegrabene Landraider ist keine Reliquie, sondern Kriegsbeute. Und sie wird nach unserem Willen genutzt. Hallo, bitte melden, hören Sie mich! Was willst du helfen, warum störst du? Ich bitte um Vergebung, mein Lord, aber wir haben noch einen gefunden. Diese Übertragung stammt ganz klar von Kyras Streitkräften. Ein Überraschungsangriff könnte von Vorteil sein. Naja, so Überraschungsangriff heißt mit dem Avatar von Kane einfach mal reinheizen. Und alles platt machen. Ja, Kane zählt halt als monstrose Kreatur wegen dem Tooltip hier. Bei den Göttern, sie sind hier. Beeilung, bringt das Ding in Bewegung, die schlachten uns ab. Menschen und ihre Panzer. Naja, soviel zum Überraschungsangriff, ja? Schuhlicken kann ohne lässt im Einsatz. Eine gute Position. So soll es sein. Und Attack Marine. Ja, da kommt dieser super böser Avatar. Und auch das Ding zu Klump. Oder sticht es einfach ab. Ja, was kann er denn? Die crashende Klinge ist eine Waffe, die die Mensa macht. Sie kann benutzt werden, um eine Welle aus Baderpsilienergie zu projizieren, die alles beschädigt. Okay. Und Kane sortiert, sie wird einfach Feinde. Das wird uns gehören. Ich nur einen Schritt weit weg. Versteht, das wird uns gehören. Phantom-Lord kann ich nicht. Aber Phantom-Druiden. Vorbei. Nein, nein, im Zack kann ich nicht. Also müssen Phantom-Druiden hier halten. Und Woppspinnen. Und dann hauen wir erst mal die Chaos-Festung zu Klumpf, wie immer. Ich bin auf dem Weg. Ich habe das Schlaffeld gelesen. Und dann brechen wir erst mal hier durch und machen die Chaos-Schrein hier kaputt. Und soweit ich weiß, ja Kane regeneriert auch verdammt schnell. Oh, da kommen sie Zerfleischer. Das ist ein... Nein, das ist nur ein Normal-Chaos-Schrein. Vorbei. Es ist ein Kordzeichen drumherum. So, nimm mal den Punkt ein. Ja, danke, dass ihr das einreißen könnt. Na, nicht gut, wenn die Phantom-Druiden so behakt werden. Dann nehmen wir mal den Punkt ein. Damit wir Kane hochheilen können. Oh, das ging schnell. Und wir sind fast am Chaos-Schrein. Ja, wir brauchten allerdings mehr Energie. Und die Energie kriegen wir da drüben her. Na komm, ich schieße noch mal. Und noch einmal. Jetzt haben wir genug Bevölkerungslimit für mehr Wurfspinnen. Ein Predator kriegt ne Granate. Boing. Und weg den Pforten. So, das war die erste Base. Und rein Chaos-Predator bringen wir mal die Phantom-Druids hier vor. Okay, er ist schon kaputt. Ah, ja. Muss auf jeden Fall den Punkt und das Ding hier einnehmen als nächstes. Ach, Nörgel-Schrein. So, Esch hat bitte das Gebäude ein. Oder die Gegner darin. Ist mir egal. Und jetzt soll ich mir wenigstens mal weghauen. So, reparierst dich ein bisschen. Niemand kann der Macht der Heldler Widerstand leisten. So, hier ist zum Glück ein Basisgebäude. Hier oben waren wir ja schon. Und da ist unsere Ausgangsposition. Und daher, wir nehmen das ein. Hauen den Bunker platt. Bei Chaos-Einheiten sollten wir jetzt größtenteils los sein. Das hier sind Imperiale. Hier kriegt man erst einen Warp-Sturm ab. Oh, hi. Ist egal mehr. Stimmt, da war was. Jetzt ist da niemand mehr. Ja, der da oben ist ein bisschen nervig. Aber den kriegen wir weg. Dafür, dass du eigentlich Anti-Tanks sein solltest, ballerst du mit einer stinknormalen Waffe. Okay. Einen Elumsar, bitte. So, und dich auf konzentrierten Strahl wechseln. So, du machst mal dein Energieschild an. Das hilft. Äh, der Predator sollte weg. Da können wir einfach da durchgehen. Okay. Predator ist weg. Das heißt, wir können doch weiter hier. Hallo, Space Marines. Mit Melton. So, reparierst du dich. Komm, mach das Gebäude platt. Und dann macht die Chimere platt. So, da ist noch ein Predator. So, Warp-Spinnen. Oh, Terminatoren. Das könnte etwas wehtun. So, nehmt den Punkt mal bitte ein. Oh, da sind noch mehr Space Marines. So, du bist geheilt jetzt. Hier heilt euch auch mal. Lustig, beide haben schon eine Soldat verloren. Also, einen. Ja, doch ein Soldat. So, dann du weg. Wir haben das Gericht gewonnen. Hier weg. Das tut schon weh, wenn... ...der ihn umzar auf den Predator schießt. Oh. Das tut aber auch weh, wenn der Predator zurückschießt. Zurück mit dir zur Basis. Du musst dringend Guide werden. So, erst mal das Viehzeug hier. Die Einheiten hier loswerden. Oh, da ist ein Storm-Terminator. Wo bist denn du? Ach, da bist du. So, mein Indom-Zah ist wieder voll. Die Nacktäffer können ruhig im Nackt-Kampf draufkauen. Da geht das Ganze schneller. Tja, ich habe 11 Bevölkerungspunkte und habe viel zu viele Anforderungspunkte. Habe ich hier irgendwie Kisten übersehen, an die ich mich nicht erinnern kann? Eigentlich nicht. Eigentlich sind es hauptsächlich Punkte, die man erobert. Nö, nicht wirklich. Nicht, dass ich was sehe. Ich bin bereit für alles. Bin jetzt unterwegs dorthin. Ja genau, rennt in meinen Psy-Sturm rein. Und fertig. Und fertig. Oh, ja stimmt, da war noch was. Ich muss auch einen Landraider zerstören. Zum Glück haben wir ein großes Schlachtpferd, auf den wir kämpfen dürfen. Und wir haben keinen. Wir spüren sie, fahren sie fort. Selbst jetzt bin ich. Ich bin bereit für... Ich bin jetzt unterwegs dorthin. So. Ja, das wäre der Böse. Ich bin bereit für das Blick und auf euch enttäuscht ihn nicht. Blut für den Blutgott. So, ihr kriegt ne. Und das war's schon. Der Landraider ist verloren. Abrücken. Überlass die Feiglinge ihrem Schicksal. Das Landschiff wird unseren Sieg bejubeln. Psy-Schilder, statt ein Kraftverspferd, äh, Schilder, Genia. Ja, gewehr... Verwohnen. Hm. Praktisch. Und hier wäre ein Fusionsstrahler für Kalef. Hm. Ja. 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 Vielen Dank.